Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja, so 30 Liter am Tag krieg ich die schon. 30 Liter am Tag? Das sind ja 10.000 Liter im Jahr. Und wie lang machst du das jeden Tag? Ja, so zwei Stunden ungefähr. Ich brauch so pro Kuh fünf bis zehn Minuten.